Für mich ist ganz wichtig vom ersten Tag und war Sicherheit, Sicherheitsabstand, die ganzen Sachen, die getroffen worden sind, sehr sehr wichtig, weil es für uns einfach ein Zeichen war, dass wir gemeinsam in die Zukunft schauen, dass wir gemeinsam diesen Weg gehen und dazu gehört natürlich auch Sicherheit und zukunftsweisendes Arbeiten. Die beste Wirtschaftsförderung des Landes ist natürlich, wenn man arbeiten kann. Das ist für uns ganz stark, wenn wir sich sicher wählen. Die Betriebe haben sich natürlich für Sicherheit sehr stark eingesetzt, leben diese tagtäglich und deswegen ist es auch für uns sehr wichtig, dass wir das auch nach außen zeigen. Ich probiere mit den Zeichen, dass es sicher in die Zukunft geht. Restart Südtirol, wir haben ein tolles Land und für das stehen wir, für das arbeiten wir tagtäglich, Südtirolerinnen und Südtiroler und deswegen ist es wichtig, gemeinsam in die Zukunft und immer nach oben.